Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Final Testament Video. Heute geht es weiter mit meinem Heimkino Projekt. In diesem Video dreht sich alles rund um Sound. Kurz ein paar Grundlagen und dann geht es auch schon los mit dem Aufbau und den Einstellungen meines Soundsystems. Also viel Spaß und los geht's. Kurz zur Info, für dieses Video Heimkino Projekt habe ich das Theata 500 5.1.2 Soundsystem von Teufel kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das System müsste nach diesem Projekt wieder zurück, aber ich habe es mir jetzt einfach gekauft. So, oben in die Ecke noch die Werbesendung und ab geht's. Die grundlegenden Infos, damit du dem Video auch folgen kannst. Soundsysteme werden immer mit einer Zahlenkombination angegeben. Bei mir ist es zum Beispiel ein 5.1.2 System. Die erste Zahl steht für die Front- und Effekt-Lautsprecher, die zweite Zahl steht für den Sub und die dritte Zahl steht für sogenannte 3D-Lautsprecher, die meist an der Decke hängen oder als Reflektor-Lautsprecher genutzt werden. Bei einem Soundsystem kommt es nicht nur auf die Lautsprecher an, sondern auch auf die Soundquelle. Es kommt nur Gutes raus, wenn auch Gutes reinkommt. Achte also auf den Input. Die wichtigsten Soundformate fürs Heimkino sind aktuell Dolby Atmos und DTS-X. Gute Soundsysteme unterstützen meist beides. Die Lautsprecher können nicht direkt an den Fernseher angeschlossen werden. Man braucht einen Audio-Receiver, auch AVR genannt. Grundinfos abgehakt, starten wir mit dem Aufbau. Der Aufbau eines Soundsystems ist relativ einfach. Je nach System gibt es ein paar Variationen, die man auf sein eigenes Wohnzimmer anpassen muss, aber ansonsten ist das alles relativ selbsterklärend. Ich kann dir hier aber nur das 5.1.2 System zeigen. Für mehr empfehle ich dir den Teufel-Blog, da sind alle Variationen schnell und einfach erklärt. Mein Wohnzimmer hat eine offene Küche und ist etwas verwinkelt, also nicht optimal für ein Heimkino, dennoch machbar. Das Soundsystem ist das Teufel Fiat 500 5.1.2 System mit dem Onkyo TX-RZ 840 AVR. Das Gute bei so einem System, alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Als erstes solltest du dir Platz machen, also weg damit. Wenn man sich ein AVR von hinten anschaut, kann man leicht überfordert werden. Aber keine Angst, alle Anschlüsse sind beschrieben und wenn man sich Zeit nimmt, ist das auch leicht verständlich. Den ganzen Kram hier auf der linken Seite brauchen wir in diesem Video nicht. Da kann man überwiegend ältere analoge Geräte wie Plattenspieler, CD-Player oder Videokameras anschließen. Für uns sind diese Anschlüsse interessant. Die HDMI- und Lautsprecheranschlüsse, wobei wir von den Cinch-Anschlüssen nur einen der Sub-Anschlüsse brauchen. Welchen man nimmt, ist egal. Wenn alle Lautsprecher verbunden sind, hat man Kabelsalat ohne Ende. Damit alles etwas ordentlicher aussieht, nutze ich sogenannte Bananenstecker. Wie du siehst, ist alles beschrieben, es gibt aber ein paar Besonderheiten. Doch bevor du dir jetzt die Rückseite vom AVR 5 Minuten anschauen musst, starten wir mit dem Aufbau und ich zeige dir die Besonderheiten beim jeweiligen Lautsprecher. Und beim ersten geht es auch schon los. Der Standlautsprecher T500F16. Das ist ein Drei-Wege-Standlautsprecher mit einer Dauerbelastbarkeit von 180 Watt und Nennimpedanz zwischen 4 und 8 Ohm. Die Nennimpedanz ist übrigens bei dem gesamten Soundsystem abgestimmt und gleich. Bis auf die Reflektor-Lautsprecher, die eine Nennimpedanz von 4 Ohm haben. Der Frequenzbereich, der für die Einstellung im AVR wichtig ist, beträgt zwischen 39 und 21.000 Hertz. Die Besonderheit hier ist, dass die Lautsprecher für Bi-Amping und Bi-Wiring geeignet sind. Das bedeutet, dass man den Tieftonbereich getrennt von den Hochton- und Mitteltonbereich ansprechen kann. Das geschieht dann mit Bi-Amping, also zwei AVRs, oder mit Bi-Wiring, mit zwei verschiedenen Kabelstrengen zu einem AVR. So wie ich es auch mache. Bi-Amping ist kein Muss, sondern ein Kann. Daher sind werkseitig zunächst solche Soundbrücken montiert, die die unterschiedlichen Bereiche verbinden, damit man nur ein Kabelpaar benötigt. Die Soundbrücken müssen also raus, vergiss das nicht. Das Kabel für den Tieftonbereich kommt an die Frontklemme und für den Hochtonbereich an die Highklemme beim AVR. Wenn du Kabel am AVR verbindest, sind zwei Dinge ganz wichtig. Nimm den AVR vom Strom und verbinde die Phasen immer gleich. Also die negative schwarze Phase vom Lautsprecher musst du auch mit dem negativen Polar am AVR verbinden. Das gilt wirklich für alle Lautsprecher. Der Anschluss vom Center ist unspektakulär. Der T500 C16 hat ein Zwei-Wege-System und ist mehr oder weniger für Stimmen zuständig. Der Frequenzbereich liegt hier bei 69 bis 21.000 Hertz. Einen Center kann man unter oder über dem Fernseher stellen bzw. aufhängen, aber niemals hinter dem Fernseher verstecken. Der Standfuß ist abnehmbar, aber für mich perfekt, denn der Center steht ja auf meinem Sideboard. Die Standfüße beim T500 System beugen übrigens Vibrationen vor, sodass man keine Matten oder ähnliches benötigt. Weiter geht es mit den Effekt-Lautsprechern. Bei mir sind es die T500 DR16, sogenannte Depot-Lautsprecher. Ein doppelt besetztes Zwei-Wege-System mit 90 Watt Dauerbelastbarkeit und einem Frequenzbereich von 100 bis 21.000 Hertz. Das Besondere bei diesen Lautsprechern ist, dass sie nicht auf den Zuschauer gerichtet sind, sondern Richtung TV und Rückwand abstrahlen. Das soll einen diffusen und besseren räumlichen Klang erzeugen. Die Depot-Lautsprecher kann man aber auch als normale Lautsprecher betreiben. Dazu muss man einfach den Schalter kippen. Das solltest du auch tun, wenn du zocken willst, damit du deine Gegner besser lokalisieren kannst. Die Depot-Lautsprecher werden seitlich vom Sofa in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 m platziert. Ich habe sie mit einer Schraube auf ca. 1,50 m hängen. Der Weg von den hinteren Lautsprechern zum AVR ist meist recht lang. Umso länger der Weg, umso dicker sollte der Querschnitt der Lautsprecherkabel sein. Das hat etwas mit dem Leistungsverlust zu tun. Ich nutze für die vorderen Speaker 2,5 mm Kabel und für die hinteren 4 mm Kabel. Viele sagen auch, dass man für Lautsprecherpaare immer die gleiche Länge benutzen soll. Ich habe auch immer gleich lange Kabel geschnitten, aber in der Realität muss man ehrlich sagen, du wirst niemals hören, ob das eine Kabel 5 m länger als das andere ist. 5.0 haben wir schon mal, also geht es weiter mit dem Sub. Ein Sub ist für die tiefen Töne zuständig, also den Bass. Ich habe hier ein wahres Sub-Monster. Den S6000SW mit einem Schalldruck von 110 dB auf 1 m und einem Frequenzbereich von 25 bis 200 Hz. Der Sub ist auch THX-zertifiziert, bringt also Kinoqualität mit. Wenn ich hier voll aufdrehe, dann hören nicht nur meine Nachbarn mit, sondern gleich die ganze Straße. Jetzt aber die Frage, wohin mit dem Sub? Vorne, neben die Front-Lautsprecher oder lieber neben die Couch? Wo hört sich der Sub am besten an? Das musst du selbst testen, denn zum einen ist das Geschmackssache und zum anderen kommt es auf deine Gegebenheiten vor Ort an. Stellst du den Sub neben die Couch, solltest du auch daran denken, dass du auch die Kabel über den Boden verlegen musst. Damit du dir ein Kabel sparen kannst, gibt es von Teufel auch den Byless-Connector, den man zusätzlich kaufen kann. Empfänger in den Sub und Sendestation an den RVR, das war es dann auch schon. Am Sendemodul kann man dann noch Lautstärke und Standby-Optionen einstellen. Bei mir steht der Sub vorne, also kann ich das 2,5 Meter lange mitgelieferte Kabel nutzen, denn ich bevorzuge auch die Kabelverbindung. Damit steht das 5.1 System, welches wohl die meisten kennen. Die zwei weiteren Lautsprecher sollen 3D-Effekte bringen, wie zum Beispiel wenn ein Flugzeug über einen hinwegfliegt. Ich nutze dafür Reflektor-Lautsprecher. Dabei handelt es sich um ein Zwei-Wege-System mit einem Frequenzbereich von 150 bis 20.000 Hertz. Die optimale Position für solche Lautsprecher ist die Decke, aber ich stelle meine vorne auf die Front-Lautsprecher, sodass der Sound von der Decke reflektiert wird. Bei Räumen bis 20 Quadratmeter reicht ein paar aus. Da für Dolby Atmos ein spezieller Frequenzgang benötigt wird, können die Reflekt-Lautsprecher auch mittels Schalter zwischen Atmos und Normalbetrieb umgestellt werden. Reflekt-Lautsprecher hinten in den Surround-Back-Anschluss vom AVR und fertig. Bevor du jetzt alle Kabel ordentlich im Kabelkanal verlegst, teste erstmal ein paar Einstellungen im AVR, denn da gibt es auch einiges zu tun. Damit du auch ein Bild hast, steck noch das HDMI-Kabel beim TV in den HDMI-Arc und beim AVR in den Main-Arc-Ausgang. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch Blu-Ray-Player, PS4, Switch und alle übrigen HDMI-Geräte anschließen. Der Beamer kommt dann in den Subzone-2-Ausgang. Als erstes mache ich bei Technik-Geräten immer einen Update auf die neueste Firmware, dann geht es erst richtig los. Passendes System aussuchen und die Lautsprecher einmessen. Die meisten Receiver haben heutzutage automatische Einmesssysteme. Einfach das mitgelieferte Mikrofon anschließen und das System durchläuft das Messverfahren. Du kannst sogar mehrere Sitzpositionen einmessen lassen. Wichtig ist aber, dass es beim Einmessen ruhig ist. Bei mir lief das automatische Einmessen ganz okay, dennoch habe ich manuell alles angepasst. Den Abstand zur Sitzposition habe ich selbst gemessen und die Trennfrequenz der Lautsprecher kontrolliert. Die Trennfrequenz beschreibt den Übergang, ab wann der Ton zum Sub weitergegeben wird und dafür sind die vorhin erwähnten Frequenzen der jeweiligen Lautsprecher wichtig. Die Trennfrequenz stellt immer die unterste Frequenz des Lautsprechers dar. Kannst du diese beim AVR nicht einstellen, nimm einfach die nächsthöhere. Liegt die untere Frequenz beim Lautsprecher zum Beispiel bei 49 Hertz, dann stellst du beim AVR einfach auf 50 Hertz ein. Das gilt nur als grobe Hilfe, du kannst natürlich auch andere Einstellungen testen. Wichtig ist aber, dass sich das Ohr unter Umständen an die neuen Einstellungen erst gewöhnen muss, nimm dir also Zeit. Damit war es das auch schon, Soundanlage stinkt. Aber nochmal kurz ein paar Tipps zusammengefasst. Achte immer darauf, dass deine Soundanlage zusammenpasst. Die Nennimpedanz deiner Lautsprecher sollte zusammenpassen und der AVR sollte genug Power haben. Es heißt nicht, umso mehr Lautsprecher, umso besser der Sound. Eine 11.2 Anlage macht nur Sinn, wenn du auch 11.2 Sound hast. Die meisten Filme auf Blu-Ray oder bei Streamingdiensten bringen noch nicht mal 107.1 Sound. Bei Spielkonsolen muss Dolby oder Surround Sound auch extra erst eingestellt werden und bei Streamingdiensten gibt es den besseren Ton ab und zu auch erst ab Full HD oder sogar erst ab 4K Auflösung. Achte also auf deinen Input, bevor du dir eine teure Soundanlage kaufst. Eine Soundanlage wird sich bei dir zu Hause immer anders anhören als im Laden oder bei Freunden. Du musst Kompromisse eingehen, da jede Wohnung anders ist. Lege deine Erwartungen also nicht zu hoch. Willst du solche Bananas nutzen? Kaufe am besten isolierte mit einer Gummi- oder Plastikumwandlung, um Kurzschlüsse vorzubeugen. Meine hier, die tun zwar ihren Dienst, sind aber nicht isoliert, deswegen werde ich diese noch mit Isolierband umkleben. Das geht dann auch. Und zu guter Letzt mein wichtigster Tipp für dich. Lass dich nicht von diesen ganzen Sound-Spezialisten im Internet verunsichern. Auch unter diesem Video wirst du Kommentare finden, wie zum Beispiel, deine Anlage ist so billig, die hört sich kacke an. Die 11.2, kauft man heute nichts. Die Bananas sind nicht aus Kupfer. Alles muss aus Kupfer sein. Es gibt immer einen Spezialisten da draußen, der es besser weiß und der den Preisunterschied genau hört, wenn er den Preisunterschied vorher auf einem Preisschild gelesen hat. Also hau schnell auf den Abo-Button und schreib mir unten in die Kommentare, welches Thema du zum Heimkino als nächstes sehen willst, denn das war noch nicht das letzte Video. Hast du weitere Fragen? Schreib sie einfach unten in die Kommentare oder aufs Final Testament Phone. Bis zum nächsten Mal. Dein Final Testament. Reviews aus Leidenschaft. Ciao.